Hallo liebe Mädchen und nicht ganz zu Mädchen und herzlich willkommen zu der ersten, nein, zu der zweiten Folge Minecraft und diesmal mit Face Club. Heute werden wir ja Minecraft spielen und aus irgendeinem Grund habe ich jetzt Bock eine Runde Minecraft zu spielen und zwar Bad Wars. Und ja, ich hoffe, dass es mit der Facecam läuft und wenn nicht, dann lasst es sich halt weg, aber im Moment, hier läuft es ja dann doch ziemlich gut, ne? Und ich benutze jetzt keine Kamera, ich benutze jetzt nur die Frontcam meiner eigentlichen Handykamera, also von meinem Handy die Frontcam. Aber ich finde, ich werde die Facecam ja eh nicht so groß zeigen, also für diese Zwecke reicht es ja noch. Ja, würd ich sagen, brauchen wir einen Cut? Oh nein, wir sind raus. Ach, ich mache einen Cut und dann sehen wir uns in der Runde. Da! So, jetzt ist die Runde los. Ist mein Ende gerade? Ja, ist okay. Es gibt jetzt nicht ganz so viele Stuff dabei. Zwei in der Pelle. Ja, ist nicht schlecht, nicht schlecht. Okay, das ist 20. Warte, 20. Nein. Was hat es? Zwei, drei. Geh in der Pelle. Ach, und da habe ich nämlich den Hauptkrieg. Hm, Top Up auch. So, mach mal so. So, jetzt gehören wir halt auch ganz offensiv zu den Gegnern. Wir haben noch kein Brand. Wir haben noch kein Brand. So, jetzt gehören wir mal wieder runter. Dann Chancina rauf. Let's go. Okay. So, jetzt gehören wir mal wieder. Und wenn wir das, was geht's. Und wir werden jetzt mit der Himmelst. So, jetzt geht's. So, jetzt gehen wir. Und wir haben jetzt mit der Himmelstelle. So, jetzt gehören wir mal. So, jetzt gehen wir mal wieder. Ja. Und noch einer. Ja, was soll ich machen? Was soll ich machen? So ein Geier. Gleich direkt nächste Runde. Gleich wieder neu. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Und zwar, man kommt vor, dass die... Kisten? Dass da jetzt weniger drin ist. Ich weiß nicht, ich glaube, erst mal sofort, oder ist das auch so? Aber es ist schon nicht so viel drin. Ja, toll. Das war ziemlich klar. Das war's. Das war's. Das war's. Nein, er hat Kompass. Ich bin so schlecht. Ich bin nächst. Nein, bin ich wieder. Und nächstes Mal spielen wir mal zwei. Mit einem Teammate. Also nicht ein Teammate, den ich kennen, aber... Einfach nur mal zwei Runde. Vielleicht läuft's doch besser. Ich finde das Kid Crafters richtig geil, denn da hast du immer am Anfang gleich schon ein Diaschwert, wenn du es richtig anstellst. Das ist doch praktisch. Drei Heilungsdränke, die werde ich benutzen. Chuck, chuck. Bam! Where's my Teammate? Where's my Teammate? I don't got a Teammate. Das schneide ich raus. Das schneide ich raus. Dann wird das. Das schneide ich raus. Ich mache das. Dann klatschen wir jetzt, dann klatschen wir jetzt. Nein. Das musst du sein. Na toll, jetzt hab ich keinen Kopf da drin. Ja. Ja. Es fragt mich nur, wo mein Team-Mate ist. Ja. Ja. Ja, Mann. Ja. Ah, Mann, Team-Mate. Ich hoffe, das ist mein Team-Mate. Ja. Ja, hab ich schon. Ja. Ja, ich hab's nicht mehr. Ja, ich hab's nicht mehr. Ich hab's nicht mehr. Nein, ich hab's nicht mehr. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Ja mann, Double Kill Richtig abgestobert 17 Dias Das ist nicht so was halten. Ich hab eh schon das Beste vom besten. Hab ich schon. Wie viel Fett ins Lapp ich hab schon. Das ist nicht normal. Ja, ein Diamantenbrustpanzer ist nicht so gut wie ein Verzauberungs-II-Schutzeisen. Ich glaub mein teammate würden mir irgendwas zahlen. Ich hab die Frau bis jetzt nicht mehr. Ich hab die Frau bis jetzt nicht mehr. Also ich bin so OP. Außer mein Schwert ist nicht so OP. Ich bin so OP. So, und ich habe kein wasser er ist nicht so gut er ist nicht so gut sondern ich habe keine Was macht mein Teammate denn da, bitte? Ich vergesse irgendwie andern, dass ich hier eigentlich wieder zum Video mache, deswegen rede ich nicht so viel. Soll ich mehr reden? Schreibt's mir in die Kommentare. Nichts, dann schreibt's auf rechts und dann haben wir da rum. Don't you know? Diese Runde werden wir gewinnen. Und wenn nicht, dann halt nicht. Es war eine gute Idee. Einmal hier. Und ich weiß nicht, dass ich hier will. Ich zum Beispiel hier einen neuen Knoten ins Wasser spiele. Dann ist es auch nicht, ich will. Es ist so schön. Ich bin ein bisschen leer. Ich bin ein bisschen leer. Aber ich bin ein bisschen leer. Ich bin ein bisschen leer. Ich bin ein bisschen leer. Ha! Ha! ja mann endlich meine runde gewonnen ey das läuft gerade und jetzt würde ich mir sagen was für diesen für dieses video uns euch gefallen hat wenn ihr mehr facecam videos wollt wenn ihr meine visage öfter sehen wollt dann lasst doch einfach mal einen daumen nach oben dann aber würde mich nicht würde mich nicht aber würde mir nicht schaden und das enden wir uns das nächste mal bis dahin macht sich gut macht's besser weil geklaut deshalb bleibt sauber euer austin hero hd